Moin liebe Freunde der Elektromobilität und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es Richtung Dresden, denn wir fahren zum E-Cannonball. Ja, es ist E-Cannonball-Wochenende und Nasilla und ich, wir nehmen teil. Wir haben eine Wildcard und wir sind das Dream Team zusammen mit unserem geilen Auto hier. Wir haben einen Genesis G80 Electrified Luxury und ich kann euch sagen, hier ist wirklich purer Luxus, helles Leder oder es ist glaube ich Lederimitat, aber es sieht wahnsinnig geil aus. Der Wagen ist ein Riesenschiff, über 5 Meter lang, 82 Kilowattstunden Akku netto, Reichweite jetzt angezeigt, 433 Kilometer und jetzt geht es nach Dresden. Wir fahren also heute los, heute ist Freitag und morgen Park Femi und Sonntag ist dann die Rallye und ich nehme euch mit und ihr seid natürlich dabei. Es wird mit Sicherheit ein super spannendes Wochenende, also unbedingt dranbleiben. Ja, Leute, das Fahren mit dem G80, das ist so dermaßen angenehm. Das ist ja mehr oder weniger so ein bisschen wie S-Klasse hier. Also man hört so gut wie gar nichts, keine Fahrgeräusche, nur so ein bisschen, ja, der Straßenbelag halt. Bis Dresden sind es 475, 476 Kilometer und jetzt haben wir 431 Kilometer Restreichweite. Also durchfahren können wir nicht, wir werden einmal laden müssen. Das heißt, wir werden, wenn wir in Dresden sind heute Abend oder Nachmittag, da uns nochmal an einen Schnellladder stellen und den Wagen dann relativ voll machen. Eigentlich dürften wir die Rallye durchfahren können, denn es geht sehr viel Landstraße und ich glaube, ich weiß nicht, ob es 400 Kilometer sind. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lang die Strecke ist für die Gruppe 1. Aber möglicherweise müssen wir einmal laden, aber das ist dann ja kein Problem. Einmal kurz 10 Minuten anstecken, denn dieser Wagen lädt unglaublich schnell. Wir haben hier 800 Volt an Bord, Genesis halt und wir haben 230 kW Ladeleistung in der Spitze. Damit ist dieser Wagen auch in unter 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Ich glaube, 26 brauche er. Also das ist hier mit dem Genesis G80, ja, alles überhaupt kein Problem. So, Leute, es ist echt wirklich unfassbar, wie ruhig dieser Wagen ist. Auch bei Tempo, ja, 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 ja. Er piept halt ein bisschen. Die Koreaner und Chinesen, die piepen halt bei jeder Gelegenheit. Was wollte ich sagen? Hier, Ruhe, 135 Tempo jetzt und es ist so leise hier und Vibrationen so gut wie Null. Das merke ich immer daran, ich habe hier diverse Kameras hängen und in manchen Autos, da wackeln die wie bekloppt, weil die Wagen vibrieren, auch auf der Autobahn und hier wie festgenagelt. Also vibriert hier gar nichts. Es ist so ein Gleiten. Unfassbar, wie komfortabel das hier ist. Aber gut, genug vom Genesis. Wobei, nein, über den Genesis wollte ich noch was erzählen. Die Ladeplanung. Wir haben ja jetzt hier 475, 75 Kilometer vor uns. Die Reichweite reicht nicht ganz aus. Er hat automatisch einen Lader eingeplant. Aber, obwohl man natürlich hier hinz und kunz filtern kann, also wirklich, weiß ich, 20 verschiedene Filtermöglichkeiten für Ladeanbieter, für Ladegeschwindigkeiten und, 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 und. Da will er uns jetzt halt hier in Hohen-Wahrs-Leben rausschicken zum Laden. Da soll der Wagen noch 30 Prozent haben. Das sind nur 240 Kilometer von hier. A, glaube ich, dass der Wagen dann mehr als 30 Prozent hat. Und B, ja, bei 30 Prozent will ich eigentlich noch gar nicht laden. Das ist viel zu früh. Also bei 15 Prozent würde ich sagen, ja, da könnte man mal drüber nachdenken. Dann kommt man einfach auch viel weiter und muss die Fahrt nicht dauernd unterbrechen. Gerade wenn man mehr als 400 oder 500 Kilometer fährt. So, Leute, kleiner Zwischenstand. Wir sind bei 200 Kilometer Strecke und haben Durchschnittsverbrauch von 21 Kilowattstunden. Also das ist wirklich wenig, dafür, dass wir jetzt auch schon 150 fahren seiner Weile. Normalerweise so zwischen 130 und 140, jetzt gerade 150, weil die Strecke einfach frei ist und der Wagen ist so leise bei der Geschwindigkeit. Ist wirklich unfassbar, wie gut der gedämmt ist. Und der Reisekomfort hier, ey, es ist der Wahnsinn. Absoluter Geheimtipp hier dieser G80 Electric 5. So, jetzt sind wir beim ersten Ladestopp angekommen. Wir sind gefahren. 316 Kilometer. Wir hatten noch 78 Kilometer Reichweite. Gut, jetzt stehen wir hier ungefähr. Ich schätze mal eine halbe Stunde, weil wir doch ein bisschen was essen wollen. Also wir haben ein bisschen Brötchen mit und Kaffee. Das dauert sicherlich. Und dann geht es weiter. Wir haben noch bis Dresden, ich glaube, 150 Kilometer. Ist nicht mehr viel. Und das heißt, anderthalb Stunden maximal noch, dann sind wir da. So, Leute, wir sind in Dresden angekommen. 484 Kilometer sind wir gefahren. Und jetzt laden wir hier an Aral Puls, an einer Aral Tankstelle. Und ich sage euch, Aral Puls, ja, die wissen, wie es geht. Die haben nämlich hier eine Zapfsäule abgebaut und eine Ladesäule hingestellt. Wir haben hier insgesamt acht Ladepunkte, also vier Säulen, A2 Punkte mit 300 kW. Und wir haben jetzt hier ein Dach über uns. Und das ist wirklich wichtig, weil es schüttet wie aus Eimern hier in Dresden. Move Electric Wetter par excellence auf den letzten 100 Kilometern. Und wir laden den Wagen jetzt voll. Und dann fahren wir die letzten fünf Kilometer noch zu unserem Hotel. Dann wird heute Abend noch ein bisschen entspannt. Und morgen ist Park Femme. Die Autos werden beklebt. Und dann sind wir auch noch in Dresden am Altermarkt. Am Nachmittag quasi so eine Art Schautag für die Dresdner und Dresdnerinnen hier. Da bin ich gespannt, auch aufs Wetter natürlich, und ob sich die Leute für die E-Autos interessieren hier. Aber so wie die Infrastruktur hier aussieht, kann es ja hier in Dresden so schlecht nicht sein. Ja, so muss das aussehen. Unser Auto ist schon fast beklebt. Zumindest die eine Seite ist fertig. Jetzt müssen wir noch die andere Seite machen. Übrigens, in der Silla heißt jetzt Tarek, habe ich gerade festgestellt. Ich werde ihn für die Verträge. Ja, Hauptsache, er muss aber noch den Akzent üben irgendwie. Ich gebe mir Mühe. Leute, das Wetter ist leider ziemlich beschissen. Es regnet immer noch. Wir haben jetzt das Auto beklebt. Ich war gerade ein bisschen rumlaufen hier. Alle sind voller Vorfreude, aber doch ein bisschen triefend nass. Aber hier auf dem E-Can-Ball habe ich meinen Kanalmitglied getroffen. Fährt übrigens mit. Markus von Start Nummer 38. Und was gibt es da? Geschenke, Leute. Schaut euch mal das an, was ich bekommen habe. Ist das nicht süß? Eine Move Electric Relax Coffee Tasse. Ich meine, gut, hier ist mein Bild drauf. Das ist nicht so wichtig. Aber schaut euch mal die Rückseite an. Auto und Meiler. Ach, ist das nicht süß? Noch mal ganz herzlichen Dank. Und auch noch mal schöne Grüße an alle Kanalmitglieder. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an diesem Video. So, Park Family ist eröffnet. Der Regen hat tatsächlich pünktlich auf die Minute aufgehört. Und hier ist wieder ein Model X, was ich posen muss. Aber es gibt hier so viele tolle Autos von so vielen verschiedenen Herstellern. Ich glaube, so viele unterschiedliche Marken hatten wir noch nie bei E-Can-Ball. Also, wir haben natürlich hier Kia vertreten. Wir haben hier BMW i7. Wir haben hier Xiaopeng mit G9 und G6. Wir haben hier BMW iX. Wir haben natürlich Teslas Model 3, Model Y, Model S. Wir haben VW ID.7. Was haben wir denn noch? Wir haben Nissan Ariya. Ich glaube, den fährt Robin. Ist das so? Robin, genau. Robin von Robin TV. Robin Schmidt fährt diesen Xiaopeng. Also X-Peng auf Deutsch. Und hier haben wir den ID.3. Ist das der Feiernd Eis? Nein, der ist poliert, oder? Schaut euch den mal an. Hammer! Michael, hi! Jens, grüß dich! Hi, Jens. Ist das deiner? Das ist unser, ja. Der ist ja hammermäßig. ID.3 GTX? Genau, ID.3 GTX. Und poliert? Der ist poliert. Hier ist noch das Feiernd Eis Logo drauf. Ich weiß nicht, ob du den... Feiernd Eis, aber das ist doch gar nicht der Feiernd Eis, oder? Das ist der nicht. Ich kann es sagen. Der Schoka haben wir in Lüsen stehen. In Locano wart ihr da mit. Ganz genau. Mit dem Feiernd Eis. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich Hyundai, Ioniq 6. Wir haben Volvo EX30. Wir haben Cupra Bonds. Porsche Taycan natürlich haben wir auch. Schaut euch mal dieses Gerät an. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Marke? Das ist der Wahnsinn. Dagegen wirkst du richtig klein, wenn du davor stehst. Hongxi EHS 9. Hier, Ioniq 5, die N-Version. Kona haben wir auch. Wir haben auch einen ID.Bus hier in der Cargo-Version. EQB haben wir hier, glaube ich, ist es. Dann Kia Enirus, quasi aus der Prähistorie der Elektromobilität. AuraCat, Smart Hashtag One. Und Renault. Was ist das? Ne, MG. MG. Marvel. Subaru Solterra. Okay, sieht man auch nicht so oft auf der Straße, quasi. Der Klon vom Toyota BZ4X. Ach, der E-Space Tourer von Citroen. Alles klar. Was ist das? Ein Opel Combo EXL mit langen Radstand. Das sieht man auch nicht so oft, ne? So, was haben wir noch? E-Golf. So, die Altbekannte. Und der Klassiker. Der Ioniq. Der Klassik Ioniq. 29 Kilowattstunden Akku oder so? 300 Kilometer Reichweite. Was willst du mehr? Bei 11 Kilowattstunden auf 100? Ist es zu schaffen. Ist das denn wieder so ein Chinese? Okay, Leute, das muss ich euch schuldig bleiben, was das jetzt genau für ein Auto ist. Vielleicht wisst ihr das. Ceres vielleicht, wegen dem S. Und natürlich der Klassiker, der Dacia Spring. P85, Baujahr 2013. Elf Jahre alt, fährt wie am ersten Tag. Und sieht auch geil aus. Soll ich mal reingucken? Ja, natürlich. 265.000 Kilometer gelaufen. Immer noch der gleiche Akku. Und da soll noch mal einer sagen, die Elektroautos, die gehen nach 100.000 Kilometer kaputt. Ja, seit 2019 und unserem Besitz. So, Leute, jetzt steige ich mal in den X-Peng. P, was haben wir hier? P, 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 7. Boah, ich sag euch, diese Flügeltüren. Wir gehen die Türen jetzt zu. Ich glaube, hier muss man drauf drücken. Zack. Und hier sind sie, unsere österreichischen Freunde. Ahoi! Ja, das war ein kurzer Überblick über die Autos, die hier stehen. Also Vielfalt par excellence, habt ihr ja gesehen. Unglaublich toll, wie viele Autos es mittlerweile gibt, die rein elektrisch fahren. Und gleich haben wir hier noch so einen kleinen Lunch. Und dann gehen wir zum Altenmarkt in Dresden in die Innenstadt und zeigen dort die Autos. Ich bin mal gespannt, wie es da abläuft. Ob das nicht vielleicht doch ein bisschen chaotisch wird heute? Ich bin gespannt. So Leute, jetzt sind wir hier auf dem Dresdner Altenmarkt oder Altermarkt, Alte Markt. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Auf jeden Fall, hier ist echt die Hölle los. Und es war gar nicht so einfach, mit den Autos hier direkt auf den Marktplatz zu fahren. Die Leute sind natürlich extrem neugierig hier. Hier ist wirklich Volksfeststimmung. Schaut euch das mal an. Robin, du musst dich unbedingt neben den Genesis stellen. Da, da durchfahren. Du wirst mich doch jetzt bewusst an die falsche Stelle. Nein, nein, das ist genau richtig. Alles gut. Jetzt will ich sehen, wie Robin sich hier rausschält. Hey, hey. Man kann da eleganter aussteigen, als ich dachte. Ich dachte, ich pell mich da jetzt so raus. Tja, und am Abend nach dem Fahrerbriefing gab es dann noch die riesen Mega-Überraschung. Alex Bangula und sein Bruder Albert haben einen Cybertruck aus Tschechien gemietet, mit dem sie dann tatsächlich am E-CAN-Ball teilgenommen haben und haben ihn uns präsentiert. Das war wirklich komplett unerwartet. Und ich kann euch echt sagen, das Ding ist ein echter Bolide. Also, das ist der Cybertruck aus Tschechien. Der hat wirklich eine Straßenzulassung. Wir dürfen den morgen fahren. Und unser lieber Norton Brösser, unser Fahrer, Norton, das ist der gute Mann, der ist Glück. So, einen schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag. Wir haben es jetzt 7.37 Uhr. In 10 Minuten, würde ich mal sagen, sind wir dran. Wir stehen jetzt hier quasi in der Warteschlange. Vor uns ist noch Startnummer 65. Und wir haben ja 76. Das heißt, wir fahren dann in 10 Minuten, weil jede Minute startet das nächste Auto. Und dann geht es auf die Rallye. Ja, wir sind ziemlich gespannt. Richtig geil ist, dass man hier jetzt dieses Jahr einen Cybertruck mitfährt. Das war die mega Überraschung am gestrigen Abend. Und wir haben ja ein sehr interessantes Reglement heute bei diesem E-Cannonball, nämlich die geraden Startnummern, also so wie wir, 76. Wir fahren für das Team Ove und Bloch. Und die Ungeraden, die fahren ihre Punkte für das Team Bangula. Ja, mal sehen, wie wir abschneiden werden. Und der erste Zwischenstopp, der ist jetzt an der Moritzburg. Da ist ja drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht worden. Das ist die erste Challenge. Und ja, dann geht es weiter und dann natürlich am Ende nach Mülsen zum Kartrennen. Und dann geht es weiter Richtung Erzgebirge. Einmal durch die schönen Städte Olbernhau, Seifen und so weiter und so weiter. Nussknacker Museum ist auch noch dabei. Ja, wird bestimmt eine schöne Tour. Wetter ist auch gut, es hat aufgehört zu regnen. Es ist sogar fast blauer Himmel. Leider arschkalt. Was haben wir? Wir haben 9 Grad und es weht aber eine Steifebrise. Fühle mich hier fast wie an der Nordsee. Die 76 fährt los. Das ist ein, Oli, erzähl doch mal was über das Auto. Ich glaube, du hast den schon mal getestet. Den habe ich schon mal gefahren. Das ist ein Genesis und eine Limousine. Der Designer war früher bei Bentley. Das sieht man so ein bisschen an dem Logo und diesen Andeutungen. Ein sehr bequemes, sehr elegantes Auto und sehr sportlich. Nasila und Jens Zippel. Hallo. Hallöchen. Ihr seid eigentlich klassische Moderatoren. Ja, deswegen gibt mir gleich das Mikro. Und wie geht es euch? Kannst du bitte sehen, dass du hier vom Hof kommst, weil es ist relativ trocken gerade. Ja, Entschuldigung. Also immer da, wo Jens Zippel auftaucht, da hat es bis jetzt immer geregnet. Nein, heute nicht. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Wir haben die Sonne im Herzen und auch draußen wird sie scheinen heute den ganzen Tag. Und es wird auch noch wärmer und alle werden gut drauf sein. Du hast das Gefühl, ich glaube ihm das. Ja, siehst du. Karik, euer Beifahrer ist nicht dabei. Doch, hier hinten sitzt er doch. Wir haben die liebe Annika mitgenommen heute. Das war eigentlich ein Verbrenner, ne? Aber wurde umgebaut zum G80, genau. Ich kann mir das immer nicht merken, weil auch nicht, warum. Ich sehe ihn einfach zu selten. Das ist aber eine schon tolle Erscheinung. So, Leute. Jetzt wird es ernst. Und der E-Campball ist für uns gestartet. Leute, wir sind hier am Nasillas Traumort. Und sie muss es jedes Jahr gucken. Mindestens einmal. Hallo. Das ist wirklich der beste Abonnent aller Zeiten. Ja, Leute, das ist die legendäre Treppe, auf der Aschenbrödel runtergerannt ist und ihren Schuh verloren hat. Und was soll ich euch sagen, da liegt er noch. Aber Nasilla war ja tatsächlich zu groß. Also mit dem Prinzen, das ist nix. Aber ich meine, der sieht ja schon ein. Hier ist es ganz schön schlunzig. Okay, jetzt sind wir in der E-Arena und wir müssen hier zwei Challenges absolvieren. Neben dem Kartrennen. Also hier ist richtig was los. Hier sind wir auch ein bisschen länger. Als erstes kommt die Parkhaus-Challenge, glaube ich, war es. Ich muss irgendwie einparken auf englische Art und Weise, dass quasi Nasilla das Ticket zieht und ich muss 40 Zentimeter Abstand haben. Exakt. Exakt 40 Zentimeter Abstand von der Seitenscheibe bis zum Ticketautomat. Und diese 40 Zentimeter gilt es halt abzuschätzen. Möglichst genau. Und die zweite Challenge ist, glaube ich, irgendwie in eine Waschanlage zu fahren. Und zwar möglichst gerade auf zwei Striche, dass man mittig auf diesen zwei Strichen sitzt. Und dann kommt natürlich das Rennen mit den E-Karts. Da bin ich echt gespannt drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, wenn man das nicht kann, also nicht noch nie gemacht hat, ist das natürlich schon heftig. Ich glaube, ich von drei bis vier Läufen überrundet worden. Bis zum nächsten Mal. Bonjour, bonjour. Bonjour. Na, wie sieht es aus? Alles gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, total Spaß gemacht. Wunderbar. Du machst das jetzt bitte mit dem Marshall. Ich will nicht unhöflich sein, sonst staunen sich die Autos auf die Straßen. Ja, ja, ich bin ganz fix. Das wollen wir verhindern. Wir schnacken noch in Ruhe. Dieses Hotel hat eine Karaoke-Bar. Oh Gott. Ja, ich freue mich schon auf das erste Bier gleich. Marianne Rosenberg, er gehört zum Bier. Sehr schön. Also machen wir noch. Alles klar. Danke, Olli. Also, tolle Fahrt. Habt ihr alles? Ja, wir haben alles. Sieh mal, klasse. Alles geklappt. Super. So, was möchtet ihr wissen? Wir möchten die Münze sehen. Schau mal hier. Das ist die Münze. Die dürft ihr gerne behalten. Sehr gerne. Das ist unser Andenken. Und das Foto war doch das hier, was ihr sehen wolltet, ne? Ja, nicht so ganz. Wurzname beachten. Oberhässlich. Vielleicht habt ihr ja noch ein anderes. Wir haben noch ein besseres Foto, ne? Warte mal. Ist das deutsche oder das tschechische? Alles gut, das passt. Danke. Ciao, ciao. Ciao. So, Leute. Das Wochenende ist vorbei. Heute ist Montagmorgen. Wir fahren jetzt wieder Richtung Heimat. Was haben wir denn so für Daten? Der Akku ist noch zu wie viel Prozent gefüllt? Sekunde, Sekunde. Zu 43 Prozent gefüllt. Wir haben noch 162 Kilometer Reichweite im Moment. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal los und dann laden wir noch einmal kurz für 20, 30 Minuten. Da werden wir bestimmt was essen heute Mittag. Und dann sind wir irgendwann in Bremen. Alles klar. Wir haben noch ungefähr 500 Kilometer vor uns. Ja, Leute. Jetzt sind wir kurz von der Autobahn runter an so eine Aral-Pulsstation an einer großen Aral-Tankstelle direkt neben der Autobahn hier. Das ist kurz vor Leipzig irgendwo. Und ja, irgendwie ist es schon so, dass man sich als E-Autofahrer hier doch ein bisschen wie zweiter Klasse fühlt. Weil von wegen schöne Überdachung. Mein Aral-Puls ist ja toll, dass sie das alles ausbauen. Aber es wäre schön, wenn es hier auch mal ein Dach gäbe, weil hier nieselt es wie verrückt. Und die mittlere Säule wollte meine Karte nicht akzeptieren. Und die eine Säule, die funktioniert jetzt. Aber diese Säulen sind relativ neu und sie sind so blöd aufgestellt. Also irgendwie mittig. Ihr könnt das sehen so, ne? Mittig auf dem Parkplatz. Und hier mit dem Nasenlader, dem G80, der ja eigentlich immer Vorteile hat, dadurch, dass der Ladeinschluss direkt vorne ist. Das habe ich hier aber echt einen Nachteil, weil das Kabel ist auch so kurz und hat keine Verlängerung, dass wenn ich den Wagen jetzt ganz ranfahre, egal ob ich rückwärts oder vorwärts reinfahre, dann reicht das Kabel nicht bis zum Ladeport. Also echt unglücklich platziert hier diese Säulen. Die hätten sie besser entweder am Anfang oder ans Ende des Parkplatzes stellen sollen. Das ist auch wieder so ein Designfehler von irgendwelchen, ja, keine Ahnung, wer diese Plätze designt. Aber die fahren, glaube ich, keine wirklichen Elektroautos. Also es ist wieder mal schade. Und das wäre nochmal ein potenzieller Verbesserungsvorschlag an Aral Puls, die sonst ja echt einen super Job machen. So, weiter geht's. Wir haben hier, wie spät haben wir es? 12.40 Uhr, das heißt, wir sind eine halbe Stunde haben wir hier gestanden, weil wir kurz beim großen Amerikaner noch was essen waren. Und wir haben jetzt, ja, wenn ich den Wagen mal anbekommen würde, es ist wirklich in diesem Ein- und Ausschalter, ne, der Hardrecher. Wir haben jetzt 93 Prozent im Akku, reicht natürlich völlig aus. 376 Kilometer Reichweite, damit sollten wir eigentlich locker nach Bremen kommen. Trotzdem hat die Ladeplanung hier in 260 Kilometer nochmal einen Ladestopp eingeplant. Warum auch immer, eigentlich unnötig, aber werden wir ja sehen. Wetter ist natürlich scheiße, vielleicht liegt es ja auch daran, ne. So, wo muss ich denn jetzt lang? Na, hier, hier raus, okay. Einmal die Wende und dann geht es wieder auf die Autobahn. So, Leute, und inzwischen haben wir auch die Ergebnisse der Rallye gestern vom E-Can Ball 2024. Und wir sind ja Gruppe 1 mitgefahren und von 41 Fahrzeugen in der Gruppe 1 sind wir auf Platz 24. Ja, leider nicht so weit vorne, wie ich dachte, aber gutes Mittelfeld. Immerhin deutlich besser als die letzte Rallye hier mit dem G80. Da waren wir, glaube ich, vier Letzter. Also, da haben wir uns auch deutlich gesteigert. Und, ja, die Ergebnisse findet ihr natürlich auf der Seite des E-Can Balls. Adresse blende ich euch hier unten nochmal ein oder findet ihr auch in der Videobeschreibung natürlich. Und, ja, jetzt fahren wir halt noch. Die restliche Strecke nach Hause ist für euch doch eher unspannend, zumal das Wetter auch wirklich beschissen ist. Ziemlicher Nieselfiesel. Fazit, es war ein super geiles E-Can Ball-Wochenende. Leider hat das Wetter nicht immer mitgespielt. Aber was will man erwarten, wenn Move Electric da hinfährt, dann kann es ja nur regnen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.